Sarastro ist nicht weniger tugendhaft. Was höre ich? Du, meine Tochter, könnt einen Mann lieben, der mit meinem Todfeinde verbunden mir mit jedem Augenblick meinen Sturm bereiten würde? Siehst du hin? Diesen Stab? Er ist für Sarastro geschlichen. Du wirst ihn töten und den mächtigen so ein kreisem Meer über die Wand. Aber ich bin nicht mehr von der Hand. Der Lüge kommt in meine Herzen und 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 d Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018